recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together mit dem knolle spielt und das ganze auf dem damakash server genau kathedrale bauen nichts neues glocke machen warte müssen unten rein zur glocke steine sind dabei und gucken dass wir die glocke da oben fertig kriegen jetzt haben wir noch steine wohl dass es klappt jetzt mal überlegen ob man nicht schon ein paar steine in den ofen steckt und die brennt für das dach irgendwie noch so da ist die klar muss man gucken ich bin auf jeden fall nicht am überlegen sondern ich weiß dass ich das mal was zu essen holen muss so gute linie Jalak, 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 Jalak. Ich kann jetzt mal um einen schönen, selbstgebauten Weg entlang gehen. Ich glaube, das wird so besser sein. Nein, das war sie nicht. Unsere kleine Farben. Da hast du bestimmt was zu essen, oder? Oh, die Villager-Sounds. Mhm. Ah. Aber bei dem Autoscooter tut sich glaube ich jetzt gar nichts mehr. Wird nicht mehr weiter gebaut. Ne, das sieht nicht mehr aus. Aber in der Kathedrale im Hintergrund, da tut sich was. Mhm. Ich glaube, ich nehme diese Steine wieder weg. Da muss noch einer wieder hin. Ne, muss unten lang. Da muss noch eine Stein hin. Die müssen weg. Brauchst du ganz normale Steine, oder? Ganz normale Steine sind das jetzt. Ich habe es aber auch, glaube ich, jetzt die Glocke fertig, wenn ich das so richtig sehe. Aber wir haben schon mal was richtig Gutes geschafft. Was denn? Ich glaube, aus unserer Katakomben kommen nämlich Fledermäuse. Okay. Das passt doch super. Äh. Jetzt weiß ich nicht, ob das da oben richtig ist. Ne, müssen wir nochmal von oben gucken. Das wäre okay. Okay. Ne, da muss noch ein Stein wieder hin. Bom, runtergefallen. Super. Äh, ich glaube... Die Ecke sieht richtig aus. Aber diese Ecke ist, glaube ich, noch verkehrt, oder? Was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich das hier erstmal machen. Ja, jetzt ist aber auch ein Loch drin, ne? Dann passt das so nicht. Das muss alles weg. Und der muss auch weg. Ich glaube, jetzt könnte die Glocke symmetrisch sein. Bist du unten, Ärmer? Mhm, hier ist gerade jemand reingegangen. Ja, hab ich auch gehört. In die laufende Aufnahme. So, wo bist du? Von unten, ich mach hier grad Fackeln dran. Kannst du mal im Turm hoch gucken, wie das so aussieht? Kannst du das sehen? Ja, das ist pure Schwarz. Ach so. Warte, ich komm mal hier hoch, hab noch ein paar Fackeln. Ist ja klar, dass ich da oben die Erde jetzt nicht erbrauche, kann doch nicht zu tief bin, ja, ne? Ah, super. So, ich glaube, es ist fast alles weg. So, ich glaube, es ist fast alles weg. Oh, Glück gehabt, dass da noch eine Etage war. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Wo war das denn jetzt da? Ja, am ganzen Dreck, da sieht man das halt nicht so gut, ne? Da ist so viel... Ich muss eine andere Seite nehmen, wo der Dreck schon neben mir ist. So. Ah, da oben ist noch ein Stein, du glaubst es nicht. So ein Shit aber auch. Ah, da hoch. Wieder. Ja, weiß auch nicht. So. Sieht eigentlich ganz gut hier aus. Ich guck mal, dass ich das wegkriege. Dass man einen Stein denn noch weg kann. So, ich geh jetzt mal runter, guck mal. Ich guck mir das von unten an. Ich habe da noch ein paar Schönheitslockerungen getroffen. Ja. Ich glaube, das ist... Ja. Da muss man dann noch genau den Dreck abbauen. Oh, jetzt bin ich runtergefahren. Was ist denn jetzt hier los? Das kann es nicht sein mit dem User, der da ewig hin und her rennt, ne? So. Jetzt kommen wir hier nach unten. Irgendwo muss noch ein Stein sein, oder ist er weg? Hast du den schon weggemacht? Wahrscheinlich hast du den gerade weggemacht. Ich habe keine Steine weggemacht. Ich habe nur Dreck weggemacht. Ja. Jetzt sind wir natürlich auch noch eine Spitze ab. Ja, ist klar. Wollen wir mal machen. Die Glock hat natürlich sehr viel Platz zum Schwingen. Nein, nein. Die darf auch gar nicht so viel schwingen bei dem Gewicht, das ist klar, ne? Ja, klar, aber ein Block so... Ja, egal, ich weiß nicht, ich komme am besten runter. Ja. Achso, du bist schon da. Ich bin schon unten, ja. Ich habe das mal so ein bisschen ausgeleuchtet und ich habe da noch die inneren abgebaut. Ja, okay. Ja, ist alles gut, oder? Ja, dann mache ich die Fackeln von innen wieder weg. Ja, genau. Mach Treppe weg und ist gut, oder? Im Turm könntest du vielleicht noch ein bisschen Licht lassen. Kriegst du das noch hin? Na klar. Unterhalb von deinem Stein da jetzt irgendwie so. Von dem letzten Dreckstein da drunter machen wir eine Fackel hin. Ja, drunter. Ja, wo der letzte Dreckstein ist, ne? Weißt du, wo ich meine? Du meinst hier. Da unten drunter. Ja, genau da. Und auf der anderen Seite oder so auch? Ja? Ja. 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 Ja, sieht so aus, als ob es passt. Ich habe keine Fackeln, glaube ich, dabei. Ich brauche gar nicht erst was machen. Oh Gott. Drei, vier, sechs, acht, neun. Hm. ...dora ist passend hoch. Alles gut. Hier fällt überall die Erde von der Depp... Ach, wo im Himmel. Ja, Kotschbrach ist weiter Licht und es fiel nur direkt vom Himmel. Jetzt habe ich da mal eine Fackel, wo kann ich die denn noch stecken? Und da ist schon einer, das bringt also nix. Und da muss eine hin. Und die muss weg. Eins, zwei, fünf. Da steht immer noch ein Wacker. Die kann auch da weg. Die kann da an der Wand. So. Da muss da noch ne Fackel hin. Guck mal, da kommt schon, da ist super. Da kriegst die alle weg, ja ne? Hast du noch Fackeln? Hast du Fackeln? Ja. Ich habe nur noch zwei und die brauche ich noch alle. Okay, alles klar. Dann müssen wir irgendwie noch Fackeln machen. Gut, haben wir es erst? Ich wollte ja auch. Fertig? Was machst du jetzt? Achso. Die hängst du da an der Wand. Welche? Ja, alle fünf Schritte. Ich weiß nicht, ob die untere jetzt passt. Ich glaube, die untere muss da einen höher, ne? Kann das sein? Ja, kannst du ja gerade machen, oder? Ich weiß nicht, ob die untere ist, ob die untere ist, ob die untere ist, ob die untere ist. Eins, zwei, drei, vier. Dazwischen Freien, was hast du gemacht? Ja, genau. Okay, dazwischen einen Block. Also eins, zwei. Dann würde ich sagen, wo muss die da? Ja, guck doch einfach, wo die hier ist. Drei Blöcke über der Erde. Genau so. Passt, oder? Ja. Da fehlt eine. Machen wir noch eine. Eine fehlt. Nimm eine, wo man... Weißt, was wir da machen? Ha? Ich glaube, da oben drauf, ne. Mach mal ein Name einmal. Gut. Jetzt hast du die Fackel kaputt gemacht. Ne, super. Jetzt brauchen wir zwei Fackel. Ne, wir kriegen eh vier raus. Gut, okay. Jetzt haben wir aber erstmal das. Nochmal in den Glockenturm reingeguckt. Das sieht gut aus, denke ich. Die Glocke ist riesengroß, aber ich glaube, wenn sie kleiner wäre, wäre sie auch nicht das passende für diese Kirche. Kathedrale. Kathedrale, genau. Für dieses Gotteshaus. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es auch erstmal reichen, oder? Hm, ne. Die eine Fackel mache ich da jetzt noch hin. Okay. Ja, und nächstes Mal, denke ich mal, werden wir uns ans Dach wagen, dass das irgendwie ein bisschen Form kriegt. Genau. Noch keinen blassen Schimmer wie, aber irgendwie muss er aussehen. Jetzt gehe ich nochmal ein Stück weg, um die Glocke vielleicht noch im Touren zu sehen. Wahrscheinlich kann man die von hier nicht sehen. Doch kann man sehen, aber es ist... Ne, doch noch nicht. Heißt da, die Glocke zu sehen? Doch, das ist die Glocke, die man da sieht. Aber wenn man von unten guckt, sieht die schäbig aus. Ne, finde ich gar nicht. Ja. Glaube... Wenn man jetzt so von oben hier reinguckt, sieht das relativ doof aus. Ich glaube, wenn man die Glocke kürzer gemacht hätte, wäre sie besser gewesen. Egal. Oder das Fenster. Ein tiefer noch. Ich gucke mal gerade von der Seite zum Glockenturm rein, dann kann man sich da einen besseren Blick verschaffen, denke ich. Ja, die ist zu lang, das ist es. Wenn die ein kürzer ist, ne? Dann machen wir dann nächste Folge. Punkt. Die ist einen zu hoch geworden. Okay. Aber, für die Runde soll es reichen. Genau. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir machen es jetzt. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Äh, jetzt bin ich dahinter. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.